Hi, mein Name ist Dennis Willkommen. Ich bin Ihr Fachdozent für das Thema Mobile Marketing hier an der HSB Akademie. Ich versuche Ihnen in meinen Kursen auch ein Stück weit das Fachwissen zu vermitteln, was ich aus der eigenen Praxiserfahrung mitgeben kann. Ich bin Geschäftsführer einer Agentur für Web- und Appentwicklung. Wir haben natürlich tagtäglich auch mit dem Thema Mobile Marketing zu tun, beraten dahingehend unsere Kunden und versuchen unser Fachwissen eben dementsprechend auch weiter zu vermitteln. Wenn Sie als alter Marketing-Hase zum Beispiel oder eben auch als neuer Jungspund mit dem Thema Mobile Marketing als zukünftiges, ja, sehr wichtiges Instrument des Marketing-Mix auftrumpfen möchten, dann sind Sie bei mir genau richtig. Als Lerninhalte kann ich Ihnen sagen, wir beschäftigen uns initial natürlich mit dem Medium des Mobile Marketings, also mit dem mobilen Endgerät, was da sind, Smartphones und Tablets. Die muss man einfach kennen. Man sollte das Medium, in dem man sich bewegt, natürlich auch sehr genau kennen. Von daher beschäftigen wir uns damit, aber natürlich auch mit der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Instrumente oder Tools des Mobile Marketing. Angefangen von der mobil optimierten Website bis hin zu den Mobile Ads und auch Augmented Reality spielt bei uns eine Rolle. Also es dürfte sehr interessant für Sie sein. Nach dem Kurs sollten Sie auf jeden Fall ein sehr fundiertes Wissen, was Mobile Marketing Instrumente und Mobile Marketing im Praxiseinsatz angeht, haben. Von daher freue ich mich auf Sie, wenn Sie bei mir im Kurs dabei sein können. Nach dem Kurs haben Sie dann zudem ein IHK-Zertifikat und natürlich auch das nötige Know-how, um selbst in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Agentur oder eben auch langfristig in Ihrem eigenen Projekt erfolgreich Mobile Marketing betreiben zu können. Vielen Dank bis dahin. Ciao.